So Leute, heute geht's in Super Mario World mit dem Ghost House in Enforce Evolution, also in Welt 5 Im letzten paar Toren haben wir den Halter Der scheiß Emulator schließt sich So von Ganz allein und ganz ohne Grund Das ist so möglich Los Geht es mit Joe Jump? Nein, wohl eher nicht Komm her Komm her Komm her Ja, da haben wir den Secret Exit gefunden Und hätten direkt Schloss mal 5 machen können Aber Da ich hier ja die ganzen Welten fertig machen will Äh, mach ich das So 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 Jetzt So 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 bevor die fede natürlich die stelle ist die schlimmste von allen so natürlich muss er zuerst die münzen holen so ihr verpüßt euch jetzt mal schön wieder hier und haben wir natürlich eine chance uns wieder eine feder zu holen und hier reinzugehen und jetzt die ganze scheiße hier wieder zu machen das ganze durchaus schwieriger werden das ist unmöglich machen also es ist nur unmöglich nur ich kann es gehen auf den es ist für mich ein wenig ich habe die müssen wieder nicht aufgesammelt und dieses ding schließt sich ohne grund ich verstehe es wirklich nicht und weg ja gestern wo ich so vor ich mal am nächsten vor allem für dieses dieses haus sich über alles mehr kommen her kommen her kommen her kommen her und gleich werden wir wieder auf jeden Fall können wir uns das mal die sohn abholen das ist unmöglich ich weiß es ist nicht unmöglich ich stelle mich noch scheiße an mal wieder gegen die kann man wirklich überhaupt nichts machen ja jetzt kommt das unmöglich jetzt sind wir klein und kann gar nichts machen und wir müssen durch diese geistert durch also kannst du nicht nur mal rennen mario ach nicht so wieso kommst du schon so früh wieder runter weiter so langsam wird wässig wieso schließt sich das scheiß ding so oh wir haben es fast durch geschafft man verpisst euch doch einfach dieses geräusch regt mich auf dieses geräusch vom kleinen mir mit w 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 Mann, sorry, dass ich jetzt hier wenig rede, aber ich muss mich jetzt hier wirklich auf die Scheiße konzentrieren. Ah, Mann. Komm doch her. Ja, vielleicht sind wir wieder klein. Es gibt zwar jetzt nichts. Irgendwie muss ich es jetzt heil wieder dahin schaffen. Habe ich nicht, weil jetzt häufen die sich. Und, ohne Witz, ich bleibe jetzt da unten mit der Maus. Nichts kann passieren. Außer, dass wir natürlich verrückt. So. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich doch einfach. Oh, Mann. Oh, das war Doppelfail. Dann kann man einfach nichts anhaben. Okay. Jetzt reicht's mir so langsam. Meine scheiß Feder wieder. Oh, Mann. Ohne Witz, das ist unmöglich für mich. Ich sag nicht, dass es unmöglich für alles ist. Ich sag nur, dass es unmöglich für mich ist. Ja, wie soll ich das bitte schön schaffen, so wie ich es die ganze Zeit jetzt hier mache. Oh, so pfiss dich. Ich bin's einfach mal ruhig, bis es geschafft hat. Nein, das geht nicht. Es geht nicht, Leute. Ich hab jetzt zehn Minuten an dieser Stelle. Zehn verfickte Minuten. Wie dieses Video jetzt schon lang ist. Ich hab mit diesem Level angefangen. Oh, ja, komm hier. Scheiß, sei toll. Jetzt mich auch noch klein, nur, ich... Pfff. Nein, ich bin tot. Oh, ja, ich bin. Kommen jetzt, ich muss den Schalter mitnehmen. Und rein, ha! Okay, ja, natürlich ist die Gefahr noch nicht ganz gebohnt. Oh, das ist jetzt zwar klein, aber ist ja egal. Was ich schaffen will, ist dieses perfekte Reels endlich aufschließen. Und das tue ich auch. So. Ähm... So. Continue und safe natürlich. Mann. Oh, ne, dann gibt's auch dieses Level. Okay. Hier kann ich mir auf jeden Fall Equipments fürs Castle holen. Und holt euch nie im Leben dieses Sworn-Up. Sonst wirft der Stachis das ganze Level lang. Das wollt ihr ja sicher nicht. Das war Fail. Oh, ich will's doch nicht mal holen. Penner. Der versucht alles, aber tut's nicht. Leute. Auf, pisse dich. Ja, bitte. Ach, scheiße. Wie geht's? Und du meinst. Ich bin's. ist auch gut okay ich weiß jetzt so jetzt kommt er gleich wieder auch mann ja bleib weg nein kein pilz Fertig... Sehr gut. Ja, und der wirft natürlich gleich weg hier. Mordor. Ja, genau. Au. Farsche. Farsche, du Drecksarts. Okay. Okay. Irgendwie muss ich es schaffen. Ich hab keinen Bock wieder zurück zu laufen. Oh, ich will doch das One-Up nicht mal. Irgendwie muss ich es schaffen. Nein. Nein. So. Konzentration ist nötig jetzt, Leute. Auf deine hässlichen Viecher zu werfen. Weiter geht's. Scheiß auf den Mittelpunkt. Und ich hab hier Safe-Sits. Jetzt auch rein. Da muss doch rein gehen, ja. Sonst wär die nicht da oben. Und hier haben wir ein Secret-Exit. Nichts. Nein. Das ist immer so ein Feil. So. Ach, Mann. Komm schon. Ich find es um ein Secret-Exit. ja bleib um und ja ok wir wollen ja hier rein wo führt uns das dann hin in einer weiteres level aber machen erstmal das level nur mal das wird schwer verpiss dich danke Ok. Oh man, wir schlafen uns leider nicht. Deswegen kann ich keine Sterne nehmen. Oh man, verpiss dich jetzt. So, den Namen besiegt, aber warum muss ich den Grad in den Moment hochgehen? Und der kommt wieder. Keine Sorge Leute. Der kommt wieder mit seinem Stochie. Der Stochie wollte. Wie eben jetzt auch. Ja, verarsche, verarsche, alter. Dann ist der Schuss. Du hast einen Schuss. Und der ist ein Schuss. Wenn du das so richtig, dann ist das so richtig, dann ist das so richtig. Und du hast eine Schuss. ok er ist auch wenn seine schweiß doch ist werfen und ich trage das so ist gut ja so ja wir schaffen es vielleicht muss nur zum ziel schaffen nun wird verspricht die er kommt nicht auf der typ er ist ein ganzes leben lang so das geht genau schweißen wenn er müsste und erschaffen ist das leben zu beenden das ist schon 21 minuten und ha ha ghost house und noch ein level es passiert nichts nur ein direkter weg zu dem level das machen wir aber nicht wir machen weiter mit dem hier das ist nämlich ein ziel zu sehen ich gerade so was ist das die scheiße hier ach bitch so ja wir konnten mit dem level sowas von egal jetzt ich will nur durchkommen alter das darf jetzt nicht wahr sein ich habe da wirklich nicht gespeichert ich meine ich habe kein save gesetzt nach der scheiße hier okay sorry leute ich musste pause machen deswegen habt ihr wahrscheinlich das ende von dem level gerade nicht mitbekommen mitbekommen jetzt geht es auf jeden Fall hier weiter und gleich mal fail auf jeden Fall versuchen wir einfach durch das level zu kommen ohne dass irgendwas passiert das wird schwer ich weiß wie es gerade war wenn so 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 wie es so so kursi es bei römen auch die ganze noch im einen ding bleiben musste und dann die ganzen kürzer pflanzen er warnt ok ok kommen knapp so als schaue erst mal Wo uns das Ding hinführt. Führen uns das direkt ins Ziel. Wofa. Piiiitch. Huh, das war auch knapp. Das war mal wieder beschissen. Hallo, ich will mein Ding laden. Alter, was soll die Scheiße? Nein. Ach komm. Ich will nicht wieder ganz klein werden, weil ich hasse ganz klein werden. So, das war mal so richtig mies. Aber wir haben es ja schließlich gemeistert. So, da haben wir blaue Blöcke gesehen, weil wir ja den blauen Schalter-Plast gefunden haben. Im letzten Tag. Und wir schaffen es. Das Level zu machen. Nur 41 Leben jetzt. Puuu. Und das Level geht schon... Äh, das Level. Der Parts. Meine ich geht schon wieder. Ähm. 25 Minuten. Hier gibt es ein extra Castle. Das man machen kann. Nun komm, warum machen wir es denn nicht? Oh, Bildschirm bewegen, das Castle. Das ist ja immer wieder was ganz Tolles. Ja, das Castle muss man nicht machen. Man kann das machen. Ich hab's jetzt gefunden, also mach ich's. Es ist zwar komisch, dass ich manche versteckten Castles mache und manche nicht. Ach, Mann. Aber ich mach einfach die, die ich finde. Es gibt sicher noch viele andere Secret Exits, äh, wo man zu so einem Castle kommt. Also, das ist immer die gleiche Stelle. Fick dich doch. So, Drexding. So. So. Boah. Ich hab mich sogar nicht mal gekillt. Aber das kippt mich. Und ich hasse das so. Ich find... Ich fand das bei... Äh, Nisabama und CrossDS viel besser. Ja, wie hab ich gekommen... Ja, wie hab ich gezockt, aber... Ist halt nicht so viel. So, hier hilft uns wieder Blau-Schalter-Plast. Hier würden wir den, äh, roten Bauchen. Weil da fliegen die... Items, die man in Reserve hat. Jetzt sag ich wieder Items, eh. Die... Ach, Mann, jetzt geht dieses Scheiß-Ding wieder nicht. Die fliegen dann nämlich auf den Boden. Hier brauchen wir sogar alle vier. Soweit ich das... Äh, sehe. Das kann man gar nicht schaffen. Noch kann man so. Und wir konnten eigentlich... Oh, Bitch. Wir konnten eigentlich Rot und Grün ziemlich gut überspringen. Oh ja, Bitch. Was soll die Scheiße hier jetzt? Geht es nicht? Es ist zu unreal. Dass man dazwischen den Dünger durchfringen kann. Ja, es geht natürlich nicht. Ähm, ich, mein, ja gut, wir sehen mal, nein, fast. Das ist doch so gut wie unmöglich, das ist doch so gut wie unmöglich, das ist doch so Nein, ist es nicht. Ja, hier ist noch so ein hässlicher Pilz, den niemand braucht. Wow, das war knapp. Also tatsächlich erst im nächsten Part machen. Komm schon, Drecksviech. Ach, das nervt mich so. Oh. Wow, einige Minuten. Komm schon mal hier, noch eine Feder. Ach, Bitch. Ja, ich mach mal die Feder. Ha, ich mach's jetzt ganz einfach so. Oh, ich hol mir die Feder. Ich mach meine Feder in Reserve. Oh, scheiße. Machen wir die Feder da. Geh im Arsch. Und hol mir meine Feder nochmal. Hahaha. Find ich nicht geil. Okay, hier ist das Horror-Ding, wo man übelst weit springen muss. Also muss ich jetzt schnell zum Boss. Was sind diese Dinger hier? Ja, Mann, ich schaff's nicht. Komm schon. Ja, man muss von unten drauf springen. Dann gehen wir mal Arsch. Mann, komm schon. Ja, jetzt hab ich's verkackt. Jetzt bin ich gesch- Tjaaaah... So. und dann war und das nervt mich irgendwie ein bisschen so jetzt müssen wir jetzt fast irgendwie besiegen jetzt haben wir natürlich so beknackt ist das also so auch gut 30 nach mann ich hatte das und wir haben es geschafft 17 sekunden 34 minuten der part mann 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 kümmerlich hat leute tun wir wirklich 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 leid aber wo ist das hier in der star world okay Ja, wenn wir das im nächsten Podcast machen, denke ich. Also bis dann, Leute, haut rein und ciao. Ja, natürlich Star Road oder Castle Nummer 5. Mal schauen. Bis dann.